Das ist die Anna aus Deutschland, der Flüchtling. Sie geht jetzt mit uns in die Klasse. Herzlich willkommen, Anna. Wo er weiß, dass du dir denn das Papai nicht leiden kannst? Euer Vater schreibt seine Meinung sehr deutlich in der Zeitung. Ich will hier aber nicht weg. Das will ich auch nicht. Also, so wie es aussieht, hatten alle berühmten Menschen eine sehr schwere Kindheit. Was soll das denn werden? Ein Kalender. Ich kreuzte jeden Tag ein Kästchen ab, bis wir wieder heimfahren. Letzten Dienstag sind sie da mit einem LKW gekommen und haben aber Sachen abgeholt. Die Deutschen sind von allen guten Geistern verlassen. Vielleicht spielt Hitler jetzt gerade Mühle mit meiner Spiele-Sammlung. Hoffentlich ist er lieb zu meinem Kaninchen. Das riecht nach alten Socken. Wenn ihr weiterhin immer nur von Deutschland träumt, dann werdet ihr viele wunderbare neue Sachen verpassen. Dann macht es dir nichts aus, Flüchtling zu sein. Doch, aber ich finde es auch ganz interessant. Wer noch der Fütur erzählt wird? Sonté. Wer noch der Fütur? Sonté. Sonté. Ihr Juden müsst doch überall die Besten sein, oder? Jetzt haben sie uns, die Nazis. Ach, du Knalltüte. Das ist nur eine Birne. Das sah gar nicht gut aus. Ich glaube, die Mama hat geweint. Damals Flüchtling muss man eben oft Abschied nehmen. Auf Wiedersehen, du gutes altes Haus. Wieder ein Lugger, ihr engen Gassen. Au revoir, Rue de la Victoire. Das gehört zu meiner schweren Kindheit dazu. Du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben, Hörsa. Jetzt kann Max für mich eines Tages doch noch berühmt werden. Bonjour, Madame. Madame heißt aber Frau, glaube ich. Au revoir, Madame. Au revoir, Madame. Du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben.